Gut, viel Nachfrage! Ich sag mal so, das war schon nicht schlecht, aber wir sind noch ein ganz schönes Stückchen von Woodstock im Kampf. Wenn wir hier harte Rock'n'Booten um den Reihen hauen, da muss schon ein bisschen das Stimmungsparometer nach oben gehen. Wir machen mal einen kleinen Stimmungscheck. Gebt uns mal ein Hey! Ihr müsst uns schon ein bisschen motivieren. Wisst ihr, wir waren jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in Halle. Das liegt daran, weil das für uns als Nicht-Talenser sehr schwierig ist, mit dem Auto herzufinden. Die Straßenführung hat ihre Typen und weil ihr ja auch manchmal ein bisschen gemeint seid, macht ihr in die ohnehin schon sehr unübersichtliche Straßenführung auch noch alle 100 Meter eine Baustelle rein, sodass wir quasi schon gefühlt zwei Wochen unterwegs sind, um hier heute Nachmittag aufzuschlagen. Deswegen eigentlich sind wir von Grund auf freudig erregt, dass wir es geschafft haben. Jetzt müssen wir nur dieses positive Gefühl teilen. Also gebt uns mal ein Hey! Alle, das war ein Verrekord, das muss lauter gehen. Gebt uns ein Ho! Aber bitte, gebt uns ein Ho! Gebt uns ein Ho! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018